So und damit willkommen zur zweiten Runde von unserem Battle von Pam, Postapocalyptic Mayhem. Und mit dabei ist der Snooby. Hallo Snooby. Hallo, hallo schön. Ups, äh, nein, kein Stimmverzerrer. Ich glaube, das war die zweite Stimme. Die zweite von den vielen, ja, ja. Nein, nein, äh, ich hab nur ein bisschen zu viel Eis gegessen, da hat sich die Stimme ein wenig ins Negative verwandelt. Ja, deshalb hat er ja auch den Eis-Ess-Cream-Waden. Ja, und der Nucleon, äh, ja, wird er nun fahren, der mich vorhin so schön genervt hat. Aber egal, äh, mal schauen, ob man das auch wieder tun wird. Mami, ich will... Oho, da geht's wieder los. Wieder Fuchs, was ist ganz gestohlen. Ja, weil jetzt der Soundtrack ändert sich. Uhuhu. Und wir geben Hackengas. Jawohl, ja. Und jetzt gibt's hier mal erstmal ein paar schöne leckere Kügelchen. Ja, die machen aber nicht Puff, die lenken dich einfach nur ab. Die machen auch Puff am Ende, aber die überrollen dich eigentlich erstmal. Hast du einen gekillt? Jippie. Nee, der hat sich einfach nur beschlossen. Wer, deiner? Nee, der Typ da. Ist doch nix, und das ganz leise. Oder wie war das? Ach nee, ganz laut. So. Ach, wie lang? Ach, wie lang? Ja, die Strecke ist auch nicht so, äh, äh, schwer. Ja, es geht. Ja, es geht, es geht. Es wird gleich schwieriger. Ähm, ähm, tralalalala. Ja, man muss ja so ein bisschen sagen, ich bin leicht übervorteilt, weil ich kenne diesmal das Spiel mehr als er. Leicht. Ja, Entschuldigung, bei den Konsolen ist es ja so, dass du die Spieler alle so hier aus dem FF und tralalala und gedöns kannst. Nö? Liebste crazy. Müsste auch mal auf meinem Heimatplaneten spielen. Naja, Mr. Tony Hawk. Äh, ja, genau, das wollten wir ja auch noch tun. Schalalalala. Ah, da freue ich mich schon drauf. Ähm. Ne? Kannst du ja noch ein bisschen üben, habe ich gehört. Na, brauche ich nicht üben. Wieso? Weil es nix bringt. Doch, das bringt was. Nee, nee. Naja, da ist halt nur das, dass du in Kombination fahren musst. Ist überhaupt schon wieder... Ey, hinter mir ist nie eine Sau. Also, ich weiß nicht. Ja, hinter mir auch nicht. Wo bleibt ihr denn immer alle? Na gut, ich bin da vorne. Hinter mir ist auch kein Schwein. Boah, er ist aber weit weg da vorne. So, egal. Äh, wir geben trotzdem Hacken da raus. Hinter dir ist keiner, hinter mir ist keiner. Ja, ist hier überhaupt jemand. Hallo? Jemand zu Hause oder sind wir hier in Kanada? Da ist ja keiner da, ne? Oder so. Richtig. Ja, ich gebe hier Dauernus, ne? Ja, aber gibt das nicht, also. Sofern man es hat, ne? Das sollte man auch tun, damit man mal hier vorankommt. So, Gas. Oh, vor mir ist einer, vor mir ist einer. Oh, äh, Wasser. Jawoll, ich hab den Funtz getötet. Und der Logger hat mich gekillt. Womit das denn bitte? Ich hab gar nichts gesehen von ihm. Er hat schon wieder drei Kills, das Noobie, ne? Klubstet. Ja, äh, ich seh's ja. Äh, das gibt's doch nicht, oder? Oder ist schon wieder in Ordnung. Oh, der lockt aber hier. Ui! Und runter die Stufen. Alter. Weißt, was ich richtig lustig finde bei dem Spiel? Ich will, dass meine Eiskugeln auch berghoch verlaufen. Ja, ist wirklich so. Ähm, zählen wir auch noch die Kills nach. Tralalalalala. Jegliche Physik ist hier viel am Platz. Nö, da, äh, pff. Ne? Die Kugeln können auch salzwärts rollen. Oh, ich werd beschissen, äh, beschossen. Mami, schnell weg hier. Nein! Doch, schnell weg. Immer war ich irgendwo Gege. Oh. Da kommt mir irgendwie Gege. Oh, von mir ist schon wieder einer. Ne, doch nicht. War eine Kiste. Sag gar nicht aus wie ein Auto. Na, komm schon. Schon mal eine fahrende Kiste gesehen? Tralalala. Ich sehe gleich irgendwelche anderen Sachen. Oh, du siehst irgendwelche anderen Sachen? So, wie viel Kilt hast du denn schon? Rot und verbergen. Ey, du bist hinter... Ja, das war doch... Autsch. Hahaha. Schon mal gegen den Zorn gekracht, den du hochfliegst? Toll. Lalalalalala. Ich bin schon die ganze Zeit hinter dir. Und wo die Frage ist, wo? Äh. Ach, Kilometer hinter mir. Das sage ich doch. Ich glaube, ich habe dich vorhin mit überrundet. Kann das sein? Weiß ich. Welche Farbe habe ich denn? Ich habe keine Ahnung. Du hast bei mir rot und bei dir hast du grün. Achso. Ja, auf der Minimap oben rechts, ne? Das kann man das wunderbar sehen. Ja, deshalb sage ich doch. Dann bin ich ja trotzdem am Arsch der Welt. Ja, da alles, was rot ist, am Arsch der Welt von mir aus gesehen ist. Und umgekehrt. Aber egal. Ich komme ja gleich wieder zu euch. Sofern es die Zeit noch zulässt. Weil es ist nur noch eine Minute zu fahren. Knapp zwei. Knapp zwei Minuten? Ich wollte ja nichts sagen. Ja, ich habe mich ja schon korrigiert. Ein wenig. Tralala. So, der Bagger steht hier übrigens auch immer so genialst im Weg rum. Deshalb fahre ich immer andersrum. Wie, du fährst andersrum? Kann man andersrum fahren? Man kann überall andersrum fahren. Da hast du ja immer mehrere Wege. Ich kenne hier nur einen Weg und der ist gerade aus. Ist der immer links vorbei, rechts vorbei oder gar nicht? Ja, das schon, aber du kannst ja nicht hier so, ich fahre mal irgendwie in die Seitengasse und dann macht es deinen Boom. Ja, nee. Das ist klar. Warum zu Teufel hat es gerade vor mir Boom gemacht? Das fand ich jetzt nicht so... Guck, guck. Ich habe gerade einen überholt. Du hast einen überholt? Das kann ich nicht glauben. Ich habe Dream überhundet, glaube ich, war das. Der muss... Oh, 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 hier schießt einer mit Kugeln. Ich habe Dream gekillt. Und anschließend bin ich in den Graben gelandet. Alter, schießt den mit Kugeln und Furz auch überholt. Hui, jetzt gibt er Hackengas, oder wie? Nein! Guten Tag. Ich habe Furz gekutzt, äh, oder so. Ja, mit seinen ollen Kugeln. Ach so, Eiskugeln sind doch lecker. Also ich weiß gar nicht, was du dagegen hast. Also da kann ich nicht... Ja, aber nicht solche Eiskugeln. Ach, wieso? Die sehen eher aus wie diese, diese, ähm, Lutschbonbons mit Kaugummi drin, oder? Weil du die noch kennst, von ganz früher. Nein, schon. Nein! Wie hießen die noch immer? Irgendwie Kieferbrecher oder so ein Kack. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich auch nicht, wie die gerade hießen. Aber egal, äh... Geh kacken! Bier, schon wieder? Na, er hier. Mann! Er hat mich getötet, der Furz. Du magst den Furz nicht, ich merke das schon. Im Sprung hat er mich gekillt, oder? Ich springe und in dem Moment hat er irgendwas abgelassen. Wahrscheinlich ein Furz. Na ja, bestimmt. Äh, was denn sonst? Und... Ja, dann... Ne? War ich weg vom Fenster. Boah, ihr seid zu weit weg von mir. Über die halbe Mette, irgendwie. So, uh... Ich hier wieder mit Dauern losfahre. Ich weiß nicht, ob wir es in 22 Sekunden schaffen, dass die anderen auch mal hier lang kommen. Das wird schwierig. Ja, niert euch, niert euch! Schneller! Vor mir ist einer! Schneller, Propeller, gib Gas! Vor mir ist einer! Wer ist es denn? Keine Ahnung. Jawoll, wir haben noch einen Kill gekriegt. Hey! Wer hätte es gedacht. Ich bin extra angehalten. Hacke! Hacke! Hol' la die Waldfee! Och Manu, aber die Ehrenrunde machen wir ja trotzdem. Und, äh, ja... Ja, natürlich. Naja, schauen wir mal. Genau. Ne? Also denn, bis zur nächsten Runde. See you later! Tschüss! Wie ich weiß dass er das mit C daremmen kommt? wir swungwards. Was �결���raten.